Das muss jetzt noch von der heutigen... Ja, ja. Aber sag mal, hast du noch nie überlegt, Werbung zu machen? Doch, du! Für Behrensinn. Und ich hatte schon einen ganz tollen Slogan. Ich wollte sagen, Behrensinn schmeckt knackengeil. Echt ohne Scheiß, ey. Ja, und? Ja, wollten sie nicht. Behrensinn schmeckt knackengeil.